Hallo, ich bin die Hilde Fehr, 54 Jahre alt und ich bin die Leiterin und Gründerin von der Selbstwert- und der Beziehungsambulanz. Ich mache Paar-Coachings, Single-Coachings und Selbstwert-Coachings und ich begleite Menschen in blühende Beziehungen zu sich selbst und zu allen anderen. Zu Kindern, zum Partner und in der Ursprungsfamilie. Ich war als Kabarettistin sehr erfolgreich unterwegs und habe eines Tages feststellen müssen, dass meine Selbstliebe auf einer Skala von 1 bis 10 bei 0 ist. Und beim Selbstwert habe ich mir eine schwache 2 gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, hallo, ich habe noch mindestens 40 Jahre Leben vor mir und ich möchte mein weiteres Leben in Frieden mit mir und mit meinen inneren Stimmen verbringen. Und ich möchte mich vor allem auch wertvoll sehen und als wertvoll empfinden. Und darum habe ich mich auf die Suche gemacht. Und dann habe ich in psychologischer Hinsicht das ganze Feld von Selbstwert, Selbstliebe, Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen erforscht. Ich habe praktische Übungen erfunden, die ich alle selbst ausprobiert habe, an vielen, vielen anderen Menschen ausprobiert habe. Und ich kann heute mit bestem Wissen und Gewissen sagen, ich weiß, wie man von 0 auf 10 kommt. Und ich weiß, wenn ich es geschafft habe, dann schafft es jeder. Auch wenn ich nicht so aussehe, ich habe einige Brocken in meiner Kindheit erlebt, die ich zuerst verdauen, heilen und transformieren habe müssen. Und das kann ich auch bei dir. Wenn dich meine Worte irgendwie berühren und ansprechen und du dir sagst, ich möchte auch mehr vom Leben haben, ich möchte mich in meiner Beziehung nicht mehr einsam fühlen, ich mag nicht so viel streiten mit meinen Kindern oder mit meinem Partner, dann schau dich um auf meiner Page. Ich mache jede Woche einen neuen Blog, entweder per Video oder ich schreibe ihn. Ich habe dort meine Bücher, du kannst Kabarett-Ausschnitte anschauen, das gehört ja auch das Lachen dazu. Ich habe auch das Angebot, dass du persönlich zu mir ins Coaching kommst oder einfach mich per Skype von überall auf der Welt für ein Coaching buchst. Ich danke dir, dass du bis jetzt mir zugehört hast, dass du hier auf meiner Page bist. Und ich freue mich irrsinnig, wenn du die Entscheidung triffst und sagst, ich will auch ein satteres, ein lebendigeres, ein intensiveres und glücklicheres Leben haben, weil das bin ich mir wert. Ich freue mich auf dich. Deine Hilde Fehr Deine Hilde Fehr